ja hallo mich ja kurz wieder willkommen in diesen fantastischen tag zum besten video aller zeiten heute schaut uns ein englisches video an aber es hat deutschen untertitel und deutschen text also da hat sich viel mühe gegeben um uns deutschland zu sprechen also reagieren wir auch drauf oder wir verdienen 300 euro am tag höchstwahrscheinlich mit fünf minuten arbeit und es sind die store 24 toll für anfänger finde ich sehr cool euro am tag ist schon eine hausnummer wir sind dann ungefähr bei 9000 euro 10.000 oder 10.000 dollar im monat wie würde sich dein leben verändern wenn du 9000 euro 9.000 euro dollar oder wie auch immer im monat verdienen würdest 48 daumen runter 1739 daumen hoch 229 kommentare läuft bei denen auf jeden fall und wir sagen einfach mal kommen ich schaue mir die taktik mit euch zusammen an ich habe da schon ein bisschen reingelungen hat es ist interessant ja schauen wir mal wass up you guys in this video today i'm gonna show you how to make money online with the digistore24 affiliate marketing for beginners guys this is gonna be a complete tutorial on how you can get started absolutely for free and earn as much as anything from 100 to 300 dollars every single day i'm gonna show you this digistore24 also noch mal wenn du nicht weißt es gibt ja hier auf dem kanal noch mehrere videos die ist doch anleitung und so die ist du es auch auf englischsprachigen markt mittlerweile und die haben da auch ein paar produkte es ist überschaubar aber ein paar leckerbissen haben die da auf jeden fall und ich habe auch schon das ein oder andere produkt auf den englischen markt promotet und auch ein paar euros verdient oder dollar in dem fall also es ist auf jeden fall interessant für dich und das video wird sehr sehr cool ok 5 minuten ihr wisst dass ich das nicht mag aber fünf minuten am tag ich habe eine taktik gesehen mit tik tok ja da könntest du hast genau mit fünf minuten am tag mit tik tok so lange dauern die videos ja nicht zu machen und dann schnell hochladen und so wenn die viral gehen ja warum nicht aber es ist also schon da muss müssen schon sehr 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 viel reiten also ihr wisst dass ich das nicht mag so zehn minuten business oder sonst was sondern affiniert markt ist auch schon etwas machen am tag ja also schauen wir einfach mal und drei verschiedene mischen habe ich gesagt wie how you can do it so if you want to make money online we did you store 24 you need to follow this did you store 24 tutorial all the way to the end don't skip ahead because i'm gonna show you how to double down and make even more money on did you store 24 keep watching so before i show you how to make money with did you store 24 guys if you don't know what did you store 24 is it's an affiliate marketing network where you can go to promote a whole range of different types of products as an affiliate and make money online and that's exactly what i'm going to show you on this video when you're on did you store 24 guys if you come over here and click on to affiliates you can come down here and you can see that you can earn up to 70 percent commissions promoting these different types of products guys and this site has over eight thousand different products in 44 different niches i'm going to show you three ja 8.000 produkte auf dem markplatz ja einmal haben die einen richtigen vorwärtsputz gemacht letztes jahr oder so da waren irgendwie fast 6000 deutschsprachige produkte da waren waren es nur 5000 war aber auch mal zeit die ganze alte kacke dort raus zu hauen und so das ist immer nur ein bisschen alte kacke da wo es die verkaufsseite nicht mehr gibt wo es die produkte gar nicht mehr gibt oder so oder wo die leute auf der verkaufsseite amazon links hatten für ihr buch oder so also da haben sie echt gut aufgeräumt letztes jahr kommissionen bis zu 70 prozent jahr teilweise sogar 100 prozent abseits dabei entspannt wir kennen die ist doch brain nations on this video today that are absolutely blowing up and you can use to make some really good money with a digistore 24 guys if you scroll down here this is how simple this process is step one guys all you need to do is come over here and register to digistore 24 and i'm going to show you very quickly how to do that from there step two guys is you need to select a product from the marketplace and i'm going to show you three dürfte auch klar sein registrieren digistore 24 bist du bestimmt auch schon registriert sonst partnerprogramme auch auf affiliate-werben.de da einfach mal abchecken da sind ein paar produkte deutschsprachige die nicht auf dem marktplatz gelistet sind ja und dann promoten und dann schauen wir mal und dann machen wir cool ja die von once die hieken potentially ist anders ist die von den die von den die 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 gut Geld verdienen auf Digistore24. Ihr wisst es. Also es ist eine coole Plattform. Es ist ein cooler Marktplatz. Es ist ein guter Zahlungsanbieter für beide Seiten, für die Affiliates, für die Vendoren und eigentlich auch für die Kunden. Und wir sehen da schon, es ist englische Sprache ausgewählt. Das heißt, er hat 271 Produkte in englischer Sprache. Du kannst auch noch Französisch, Spanisch und so auswählen. Da gibt es aber teilweise gar nichts oder ganz wenig. Ich weiß nicht, statt heute. 271 ist für den englischen Markt echt wenig. Was mich gewundert hat, dass die dort echt so, sind das die E-Pillen oder sowas draufhaben und so. Also physische Produkte wollten die eine ganze Zeit lang nicht machen in Deutschland. Physische Produkte verkaufen. Keine Ahnung. Machen die da jetzt wohl? Schauen wir mal. Aber ich habe das schon oft gesehen in Amerika, dass sie dieses Produkt da verkaufen. Okay, schon mal zwei coole Nischen. Ne? Also mal gucken, was ist die dritte Nische? To you. You can come down here, guys. You've got Personal Development is the second one that you can do. And the third one over here, guys, is Spirituality and Esoterics. Okay, these are the three different niches. So Spirituality, guys, if you come over here, you can do Personal Development or you can come over here and do Dating, Love and Relationships. Now, when you come over here, guys, let's say we take a look at Dating, Love and Relationships. Once you click onto that, you can come over here and you can find these different products. Und du siehst, 46 Dollar für den Verkauf, 90% Kommission. Ja, kann man auch gut verkaufen, ne? Gerade wenn du dann halt englische Trafficwege hast oder so Plattformen wie TikTok, warum nicht? To get free traffic to these different offers, but I'm going to show you how to get this traffic in less than five minutes, number one. Then I'm going to, number two, I'm going to show you how to double down at the end of this video to make even more money online. But what I want you to do before I show you all this, guys, is go down the bottom and smash that like button in appreciation and just comment, I love to make money with Digistore24, let's get this video out there so that more people have an opportunity to make money online, guys. So what you need to do, you come down here, you can have a look at the product. Over here, as you can see, what happens is, this is your link that you can use to promote this. What you're going to see, if you haven't promoted this product before or promoted any product, is you're going to see, it's going to say promote now. Now once you click onto that, it's going to give you that link. Du siehst, es ist das gleiche System, ne? Auf dem Promote-Button, ähm, wenn du freigegeben wirst sofort oder wenn jeder Affiliate freigegeben wirst, hast du sofort den Affiliate Link. Es ist auch der gleiche Affiliate Link, die gleiche URL, ähm, Produktname und dann einfach ein Vendorname, auch in englischer Sprache, also überschaubar. Link, okay, so, if you have clicked onto it, all you need to do is click onto the right mouse click and copy that link. I'm going to show you where you're going to paste this link, because I'm going to show you how to double down and promote multiple links. So from here, guys, what you can do, if you click onto this forward arrow over here, what's going to happen, is it's going to bring up the landing page for this product, okay? So you can see exactly what... Sieht aus wie ein Video Sales Letter. Ja, irgendwo wird unter dem Video dann hörst du wahrscheinlich dann nach ein paar Minuten der Kauf-Button eingefügt. Und, ähm, Video Sales Letter, gerade für so Produkte unter 50 Dollar oder so, ja, in Amerika, das läuft einfach. Da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, das ist einfach... Ja, was soll ich da sagen? Das, das, in Amerika ist es nochmal ganz was anderes, auch der Geldverdienmarkt oder so, du promotest da Sachen. Also mein Jet Set Affiliate System in englischer Sprache wäre höchstwahrscheinlich so oft verkauft worden, ähm, hunderttausende Male, ähm, weil die Amerikaner kaufen das, die zücken die Kreditkarte kaufen und so, und machen sich nicht so viel Gedanken wie der deutsche Markt. Der amerikanische Markt ist sehr, sehr interessant, ganz ehrlich als Affiliate, ähm, solltest du dir anschauen. So, schauen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal wieder hoch. So, if you click on to that, what that's going to do, is it's going to bring you over to the text version. This is really useful, when you're promoting any products as an Affiliate Marketer, because it can help you write your... Okay, der Text, ähm, klar kannst du den auch nehmen, ne, Textbausteine, äh, für deinen eigenen Text zu machen, wenn du einen Review-Blog hast oder so, ähm, ja, aber es ist wohl doch kein Video Sales Letter, oder? So wie es aussieht, zu viel Text. Ne, was war das denn jetzt? Warum? Ah, ich bin jetzt irgendwie durcheinandergekommen. Da war noch gerade ein Video Sales Letter, jetzt ist er aber einmal über einen, wo hat er denn draufgeklickt? Können wir doch mal gucken. Achso, der ist da rüber gesprungen, da. Schauen wir doch mal. Wo ist er denn da rüber gesprungen? Ich hab das gar nicht gesehen. Ah, okay, jetzt hab ich das, weil ich da gerade am Rumspringen war, ähm, da, du hast diesen nochmal als Text. Das ist sehr, sehr cool eigentlich, diese Situation, du hast ein Video Sales Letter und die Verkaufsseite nochmal. Ja, es ist ja vielleicht auch, dass der Kunde, ähm, in der U-Bahn ist oder in der Bahn und so will kein Video abspielen und so hat er die Möglichkeit, die Verkaufsseite anzuschauen. Ah, sehr coole Sache, sehr, sehr coole Sache. Also, schauen wir mal weiter. Jetzt hab ich's verstanden. ...presentation. So if you click onto that, what that's going to do, is it's going to bring you over to the text version. This is really useful when you're promoting any products as an Affiliate Marketer, because it can help you write your sales page, your landing page, etc. So it's really good to have a look at this and also see what are the resources that they're going to help or provide for you. The other thing that you can do, guys, when you're on this page over here, is scroll down and have a look and see, you can see that I've got this link over here to provide you with Affiliate Resources. Now, how are you going to drive traffic to this and how are you going to make money with Digistore24? Now, I'm going to show you these different niches that are blowing up, guys, and they're blowing up on a TikTok, guys. Take a look at these different profiles that I'm going to show you over here. Okay, that's of course a niche. Guck mal, der hat 2,4 Millionen Follower. Und diese Fakten-Nische, auch diese Fotos mit den Fakten-Nischen und so, das ist voll der Trend. Also, wenn du das bis jetzt noch nicht gesehen hast oder so, ich habe das sogar auf YouTube schon gesehen, dass jemand auf Fakten-Sachen reagiert hat. Mit seiner Freundin zusammen und die haben sich beide diese Fakten angeguckt. Oder ob der jeweils andere das dann halt versteht, diese Fakten. Ähm, das ist ein sehr, sehr cooler Trend. Solltest du einfach mal im Auge behalten, wenn du Content-Ideen sammelst. Ja, weiter. Und schau mal echt, Stockfotos, Stockvideos, ein bisschen Text drin, Ende aus. Und 97.000 Aufrufe hat dieses eine Video oder so, oder 65.000 Aufrufe. Kein Gesicht, kein Tanzen auf TikTok. Ist das cool? Ja, das ist sehr, sehr cool, oder? Man hat einfach nur, ähm, einen Satz reingeschrieben, sozusagen. Und du kannst das auch in deutscher Sprache. Glaub mir das. Und du willst jetzt kein Video mehr verpassen, kein so welche Tipps, weil das ist echt ein geiler Tipp. Ähm, dann abonniere meinen YouTube-Kanal. Abonniere ihn jetzt, du hast jetzt Zeit, äh, die Glocke auch ab, äh, wirtel ab, äh, weißt schon draufklicken auf die Glocke. Bestätigen, betätigen, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Und dann einfach so einen Kanal machen. Und natürlich kannst du es auch mit deutschen Textbausteinen machen oder so. Schau dir das einfach mal an, wie viele Aufrufe der hat. Ey, das ist so genial. Weiter, 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 weiter. I'm gonna show you how you can get on your mobile phone, absolutely for free. I'm gonna show you where you can get all these quotes and you can create these videos in less than five minutes, okay, guys? And when you start from... Das stimmt. Das ist so einfach, das hat der echte Fall. Das sieht auch aus wie five minutes, aber schau mal bitte die Aufrufe an. Jetzt ohne Scheiße, das ist ja wirklich fünf Minuten. Das ist wirklich nur fünf Minuten. Das ist ja so ruckzuck gemacht, diese Textdinger. Du brauchst ja einfach nur von so einer Stockplattform, die Fotos auf dem Handy drauf haben, die bei TikTok. Und dann mit TikTok kannst du hier einen Text einfügen. Der hat kein anderes Grafikprogramm, der hat nichts anderes. Geil, oder? Das ist so einfach, das wird nicht eine fünf Minuten... Alter, Schwede. Normally, we're promoting this stuff. When you start using different products that are related to this, you can absolutely crush it. What I'm going to do is I'm going to play a video over here for you so you can see exactly what these people are doing. So you can see how they're driving traffic. Take a look at this. Let's just watch their latest video. Jeder kann das, um Geld zu verdienen, oder? Es ist wirklich so. Unfassbar. Unfassbar. Und dann hast du ruckzuck eine Rolex-Ice-Auto. Und wenn du dann noch Grundkenntnisse brauchst, dann mach mein Jets-It-Affiliate-System. Aber das ist eine Nische, das ist wirklich eine 5-Minuten-Nische. Stell dir mal vor, du machst da mehrere Nischen und ziehst einfach ab. Richtig. 2,4 Millionen. Richtig, du kannst sogar die engen Sprache über diesen Satz da hinauf und dann kannst du da auch noch. Und der hat keinen Affiliate-Link, keinen YouTube-Kanal, nichts. Rein theoretisch würde das ja mit den Facts auch noch... Facts heißt Facts? Heißt das Facts? Fakten? Keine Ahnung. Aber rein theoretisch wäre es jetzt noch eine Verknüpfung mit Instagram. In der Story, Instagram Story mit 2 Abbonus, ruckzuck 10.000 Abonnenten. Also rein theoretisch wäre es jetzt, diese Videos dann auch nur bei Instagram zu benutzen oder die Fotos oder so, die Fakten. Facts. Fakt. Fakt. Ihr wisst, was ich meine. Ah, das ist echt. Aber ich bin echt wieder Feuer und Flamme. Das ist echt sehr, sehr cool. Facts. Okay, this is another one where it's about relationship. This one also. Doch, Daily Facts. Heißt das. Okay. It does a little bit about manifestation as well. And when you come over here again guys, this is all stock footage and all these quotes I'm going to show you where to get and I'm going to show you. Das sind wirklich stock photos und videos. Das ist echt genial. Das ist sehr, 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 sehr so fair. Hammer. Okay. You don't need any editing software because everything can be done on your mobile phone. This person has 618.000 of followers. Okay, guys. The first profile has 2.4 million followers. The next profile I want to show you over here guys has also 618.000 Und in Deutschland? Mach so etwas in Deutschland. Schon hast du wieder eine richtig geile Idee. Fünf Minuten arbeiten bist du hier an einem Tag. Vielleicht am Anfang ein bisschen mehr. Am Anfang vielleicht drei Videos am Tag hochladen oder so, aber da kannst du ja auch bei so wenig Content, äh, das kannst du auch hochzuck erstellen. Du brauchst dein Gesicht nicht zeigen. Nur Face Business mäßig. Ne? Also. Kein Gesicht zeigen. 1,000 followers. Okay, guys. I mean, take a look at this. This is another one in the relationship niche and manifestation as well. Here is another profile, guys. This one is called Manifestation. Purely on Manifestation. As you can see, they've got a link over here. They've got 303,000 followers. Now, I want you to stick with me, guys, because I want to show you exactly where you're going to get this footage and where you're going to get these quotes and how to put this together very, very quickly. But at the end of the video, I want to show you how to make even more money online. So stick with me. So as you can see, guys, look at this. Very, very simple Manifestation, guys. They've got pretty much one image that they're using and they're just putting quotes over the top and they'll change their image every now and again and they're driving traffic to this website. Der macht das so, dass ich sehr einfach, weil der einfach die Fotos tut hat. Ja, okay, weiter. Aber wir haben es verstanden, oder? Wir haben es doch verstanden, wie es funktioniert. Das ist so einfach. Aber das kannst du echt gut verbinden, auch mit dem Instagram, ne? So eine Luxus-Nische. Das läuft auf Instagram auch noch sehr gut. Und das dann auch, ne? Und die Leute dann halt hin- und herschicken oder so vielleicht sogar Videos machen. Top 10 Luxus Cars oder so auf YouTube. Da kannst du echt so was Geiles draus machen. Machst du eine Webseite, machst du Instagram-Kanada raus und so unten. Und dann hast du gleichzeitig so Rolex Eyes Out Affiliate Program oder so. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es hier so Krono 24 oder so haben die auch Affiliate Programme. Ich hab da noch nicht geguckt, ehrlich gesagt. So hatte ich jetzt. Ich glaub, ich mach jetzt echt stoppt und guck erst mal auf Krono 24 und so auf die Affiliate Programme. Dann ist das natürlich super einfach. Du hast die App auf deinem Handy und holst dir die Fotos, die Videos rüber bei TikTok rein und einfach ein bisschen Text rein und vergisst das. Puh. Ja. Und man kann es ein bisschen einfacher sein. Okay. So you can directly get these images to your mobile phone so you can upload this directly onto TikTok. Okay, guys, this is very simple. You can do the exact same thing on pixabay.com. Now, when you're on Pexels, guys, all you need to do is search for scenery. Once you search for scenery, I mean, look at all this. This is exactly what these people are doing. You can search for something like Videos and go to beach. Okay, look at, you've got 4,870 different videos, guys, on a beach and mountains and wilderness and scenery, et cetera. You can also come over here, guys, and type in Luxury. Okay, once you type in Luxury, it's going to give you 997 Videos on Luxury. I mean, these channels haven't uploaded this many videos and they've got 600 to 2.4 million followers, okay, and you can do the exact same thing. Now, where are you going to get these different types of quotes? I mean, if we come over here and we saw this profile over here, it's got boy facts, girl facts, et cetera. All you need to do, guys, is come over to Google, type in relationship quotes, scroll down and find all these different quotes. I found this in less than 30 seconds and take a look at this, guy facts, girl facts. When a guy is quiet, he's listening to you. You can do the exact same thing and when I was on this profile, yeah, it's my stuff. wohl wie Fakten her bekommst, So einfach ist es. Und jetzt gibt es eigentlich gar keine Ausreden mehr, also, dass es zu schwierig ist, Content zu produzieren. TikTok, ja, ich meine, klar müssen wir arbeiten, wie ein Sandra auch, aber, ja, packst du da affiliate link rein und gibt es die Attacke. profile over here, guys, I found the exact same quotes, okay, that this person is finding online and his channel is absolutely blowing up but I'm going to show you in a second how you're going to make money with Digistore24 utilizing this strategy, guys, and when you come over here, here's more, all you need to do is type in girl facts and then you come over here, and you can use these exact same quotes. Now, if you come over to my personal TikTok profile over here, you can see that I've got a link tree link over here where I drive people to various offices. Natürlich kannst du dann auch so einen, ja, so einen Dienst haben, um dann halt mehrere Links auf einer, ja, Twitch-Page oder wie auch immer, so eine kleine Mini-Landing-Page zu machen, um die Leute dann weiterzuleiten, wie auch immer du das nennen möchtest. Macht natürlich Sinn, kannst du sofort drei, vier Produkte da reinpacken, ja, was cool. Offers, okay. So if you come over to my Linktree profile, guys, this is what you're going to find. A product that I'm recommending for people to make money online, I've got them to subscribe to my two YouTube channels, guys, and then I'm also promoting my course for anybody that's interested in making money on YouTube. Now, how are you going to use these different products from Digistore24, guys, and Linktree over here to make money utilizing this strategy and this free traffic? That's what I'm going to show you now. Then I'm going to show you how to collect leads to make even more money with Digistore24. So the first thing that you need to do, guys, as I showed you over here, is you need to collect this link over here for any product that you're looking to promote. Then from there, guys, what you want to do is you want to come over here and you want to sign up to Linktree, okay? Once you sign up to Linktree, okay, guys, what's going to happen is you're going to have a link like this. Now, if anybody clicks onto my link, basically what happens is it's going to bring them over to a page that looks like this. Pretty good and half-decent landing page, okay? But if you want to collect leads, guys, if you want to make even more money online, what you want to do when you start creating these different videos utilizing Pixels and Pixabay, what you want to do, guys, is you want to come over to a site like ConvertKit.com and you want to start collecting leads because then you can start to promote even more products as an affiliate marketer and there is nothing more useful and viable than an email list because you can then go and provide even more products, suitable products to these people where you can make even more money by providing quality products. So what you want to do, guys, if you come over and click on to pricing, you can see here that this is absolutely free to get started. So it's not going to cost you anything to get this setup to start making money with Digistore. Okay, kannst du natürlich nutzen so ein Tool ist E-Mail-Marketing. Einfach nur Send, E-Mail, Broadcast, ja. Macht natürlich Sinn, im deutschsprachigen Raum ein deutschsprachiges Tool zu benutzen, weil dann auch du brauchst nicht viel anpassen, Support zum Deutschen so. Ja, sonst kannst du natürlich auch keine ausprobierenden Tool mal. Also, ich würde es jetzt echt in Deutsch was die Zustellrate und so gibt es so viel Zeit aus oder vielleicht sogar Geld, um E-Mail-Adressen einzusammeln und dann halt Witz, dass sie zugestellt werden. Na ja. Dann DSGVO-Datenübertragung je nachdem in welchem Land und so auch immer wieder ein bisschen schwieriger ist. Na ja. Sende okay wir haben bei diesen convert kit haben wir sehr geile landingpages dabei also ist eher landingpage baut kasten inklusive e mail marketing tool aber dann sieht schon wieder sehr sehr cool aus also wenn überhaupt kein bock hast der landing page zu bauen und brauchst dann einfach nur den englischen texte in deutschen umändern ja warum nicht das ist gratis 1000 kontakte so all you need to do is click on to choose once you do that it's gonna bring you over to a raw landing page like this and from there what you want to do guys is you want to edit this and one that I have just created very very quickly is this one over here and I did this by using the resources that I have from digistore24 as you can see I know the product is called his secret obsession okay guys so all I did was come over here and call it exactly that now got a little bit more information over here by using exactly what they've written over here then using what they've got in their video plus what they have over here so I've just quickly copied this guys and I pasted that over here into my landing page over here very very simple stuff then over here I just wrote find out more about this now and enter your details below for full access now this is very important when it comes to this over here guys what I did is I came here to settings and in settings guys you need to make sure that you redirect to an external page and this is where I pasted the digistore24 affiliate link so that when anybody puts their details in here it redirects them to that offer that is not smart and that is not intelligent when you do it so that I can make money with this affiliate marketing product anytime somebody clicks onto it and purchases okay so I saved this over here now from here guys what we need to do is we need to save and publish this you can preview this landing page over here this is exactly what it's going to look like it doesn't need to be the landing page hat vielleicht zu viel text und zu viel dieses eintragen formular für die e-mail sollte halt immer sichtbar sein auf den ersten blick also vielleicht ein bisschen ich sehe jetzt nicht es ist immer noch die die eingabe vorschau seite oder so also vielleicht ein bisschen zu viel text für die eingabe nur einer e-mail adresse mal schauen fancy okay then we're going to exit this we're going to come over here we're going to save and publish this over here now once we do that guys what we want to do is we want to share this product so we're going to come over here share this okay we're going to copy this link so once we copy this link you have two options okay guys the first option that you have is you can paste that link directly over to your tiktok profile over here where i have my linktree account you can paste that in there that's the first option that you have the second option that you have guys is you can come over to linktree if you want to have multiple products is you want to come over here and you want to add these different landing pages with the links in there to your linktree account so that you can drive traffic to more offers and collect more leads so let's say you wanted to promote this product that we found over here which is the dating and relationships one and let's say you wanted to promote a second product which is in say the spirituality niche okay and all you need to do is come over here click on to that grab one of these links come over to convert kit create a second landing page come over to linktree over here guys and quite simply create even more of these different links okay so it's entirely up to you because people may purchase different things so all you need to do guys is come over here and click on to enter a title then all you need to do guys is just enter a title and type in something like access his secret obsession okay then over here guys is where you would paste that link okay to your convert kit where you're going to have that landing page and collect these leads and over here guys wie geil das ist also du machst gratis content tik tok das dürftest du verstanden haben das ist auch das schafft jeder du hast ein landing page sammelt sie mit adressen ein und leitest die leute sofort auch zu der verkaufsseite cookies gesetzt und so weiter und hast noch chance e mail marketing zu machen und kannst du mehrere produkte promoten einen tik tok kanal ja ja ich finde es sehr sehr cool ich finde es sehr cool das video lass gerne ein like da all you need to do is create that make that green so if somebody comes over here and clicks onto this link guys as you can see access his secret obsession anybody that clicks onto that brings them over to here they come over here and enter in their email address and click on to sign up today what's going to happen is it's going to direct them straight over to that part ist natürlich ein bisschen ich weiß jetzt nicht ob das tool auch double opt in prozess unterstützt und sowas alles ist ein amerikanisches produkt aber du hast jetzt nie mehr das heißt die leute weitergeleitet cookie ist installiert ist schon ganz cool wie gesagt wenn das jetzt nur double opt in unterstützt oder so bist du auf jeden fall auf der richtig sicheren seite ja aber das kannst du auch nachbauen mit jedem anderen tun da gibt es dutzende tools die cool dafür sind zum nachbauen all you need to do guys quite simply when you're creating these videos on a tick tock in any one of these different niches all you need to do in the last three seconds four seconds is just put a call to action put a very simple just like they have this text overlay telling people to click onto that link in your profile okay that's going to drive them over to these different offers guys very very simple way to make money online with digistore24 and when you've got you know 600.000 people with 19 million likes and you're getting tens of thousands of views on every single video it's very easy to make money online with any affiliate marketing product let alone digistore24 and you can get started with this strategy straight after watching this video sowieso jetzt gleich ende er hat recht es ist sehr einfach damit geld zu verdienen soll eine strategie und es gibt auch verschiedene nischen also du musst nicht unbedingt diese nischen aber es gibt sehr sehr viele verschiedene nischen mein name ist michael kotzer ich bin der rucksack unter dem ich habe hier noch zwei weitere videos für dich check die auch ab ich bin jetzt erstmal raus das ist so genial ich werde es glaube ich jetzt erstmal nachbauen und du wirst mich dann ein zwei tage nicht mehr sehen ich bin raus ciao